Hallo, mein Name ist Ergen Orhan, geboren am 10.06.1989. Ich bin 28 Jahre alt. Also ich habe in Physicherung gearbeitet, ich habe in vielen Fabriken gearbeitet und ja, unterschiedlich. Also wie ich dich kennengelernt habe, ist, wie gesagt, viel aus Videos, also von einigen Schuhen und von einigen Moscheen, viele Seminare, zum Beispiel in Bonn, Köln, allgemein in Nordrhein-Westfalen. Ja, und wie gesagt, auch in einer Moschee, die Moschee heißt Abu Bakr Moschee, da war ein Scheich und mit Kunja hieß sie Abu Ubaida. Und der hat halt gesagt, ja, das ist der richtige Weg, etc. und hat mir einige Ratschläge gegeben. Ja, und ich soll einige Videos anschauen und für mein Ziel lernen und ich soll nicht meine Flächen vergessen, da du ein Muslim bist. Und ja, wie gesagt, langsam, langsam, sozusagen bin ich hochgestiegen. Und ja, und damals mein Freund, ich war schon noch durchgegangen. Und er hat gesagt, ja, also schon vorher, dass der dritte ist, der richtige Weg, etc. Und das ist ja eine, um Paradies zu erlangen, ist das die einzige Lösung für dich. Also, danach habe ich mich entschlossen, ja, das war so 2014, vierte, fünfte Monat, bin ich aus Deutschland nach Türkei gereist, nach Antalya. Und nach, äh, von Antalya aus nach, äh, Ghazi Antep. Und, äh, wie gesagt, im Hotel waren viele Moajirin am Warten, ja, und die wollten schließlich nach Syrien. Und da habe ich, äh, auch gewartet, da habe ich eine Nummer bekommen, von jemandem, der mich abholen soll, aus Antep. Bist du alleine gekommen, von Deutschland, oder? Nö, ich bin mit meiner Frau gekommen. Mit deiner Frau? Ja, ich bin mit meiner Frau gekommen. Also, äh, von Syrien, also von Antep nach Syrien, nach Jerobos, war der Weg frei, ja, ne. War der Weg frei und, ja, ne, da hat es gar, da hat es gar keine Probleme gegeben, ja, ne, durchzukommen, nach Jerobos. Also, danach, äh, nach Jerobos, äh, musste ich mich erst mal von meiner Frau trennen. Da, äh, haben wir in einer, äh, in einer Schule uns, äh, versammelt. Und, äh, wir haben knapp 20 bis 25 Tage gewartet, um, äh, um, äh, eine Moskir anzufangen. also militärisch und Theorie. Erstmal sind wir nach Tabgai gegangen, um Moskir anzufangen, da haben wir auch knapp. Da haben wir über Islam geschult, etc. Da haben wir ein bisschen Sport gemacht. Und danach sind wir zum militärischen Bereich gegangen. Das war in Raqqa, soweit ich weiß. Da haben wir auch knapp einen Monat und eineinhalb Monate dort Moskir gemacht, eine militärische Wissen, Praxis etc. Und danach sind viele, viele sind in bestimmte Bereiche hingegangen. Manche sind Kämpfe gegangen, manche sind, wie soll ich es sagen, manche sind in andere verschiedene Arbeiten hereingegangen. Also meine Kunde heißt Abu Bakr al-Mani, also nach Moskir bin ich nach Mömbich gekommen. Also meine Arbeit dort war als Übersetzer, Wache halten, Wache halten und Wache halten und ab und zu ja die Leute helfen, die die Leute helfen, um umzuziehen, Sachen zu tragen etc. Das war erst mal meine Arbeit in Daesh erstens. Und danach, nach knapp ein Jahr, eineinhalb Jahre, bin ich zur sozusagen Polizei, von Daesh Polizei reingekommen, zum Arbeiten. Da habe ich auch verschiedene Arbeiten gemacht. Wir haben die Straßen gesperrt, die Leute, die Leute kontrolliert. Ich habe im Knast auch Wache gehalten, Essen gegeben etc. Das war so groß und ganz meine Arbeit in Mömbich, an der Schulte Askeria. Und ja, und wie gesagt, ja und wo ich in Indara war, da habe ich auch gesehen, dass einige nach Türkei gegangen sind. Einer nach Türkei gegangen sind, die verletzt waren. Damals also viele kamen und haben meine Emir gefragt, also Erlaubnis gefragt, ob die nach Türkei gehen können oder ja oder nein. Und viele sind dort hingegangen. In ich meine einige Krankenhäuser, viele Menschen, die sich, also die haben sich dort befunden. Von welchem Weg? Von welchem Weg? Von Djerabhus nach Antep. Djerabhus nach Antep. Ja und das war, das wussten fast alle, ja. Es war kein Geheimnis. Ja und dass sie, dass da ich auch in der Grenze in Türkei arbeitet, das war auch bekannt. Das war auch bekannt in der Türkei, in der Grenze. Das haben wir, also das haben wir auch mitbekommen. Wie Krankenhaus, wo waren Sie? Also Krankenhaus, wie ich gehört habe und ich habe ein Foto gesehen, das war von einer Person, der war in Istanbul, der war verletzt. Der war tatsächlich in Istanbul gefunden. Und ich habe auch gehört, in der Grenze in Syrien, also wo genau, welche Stadt, weiß ich nicht. Und die Krankenhäuser, wie gehen die in Istanbul oder? Also eigentlich ganz leicht, wir brauchen nur einen Stempel, einen Stempel von meinem Emir, also Erlaubnis damals. Und der Weg, also den Weg hat die Türkei freigemacht und ganz, ganz einfach, ja, dadurch gefahren. War eigentlich ganz einfach, ja, gab es keine Probleme etc. Also wie gesagt, die haben Erlaubnis von meinem damaligen Emir bekommen einige, dass sie nach Türkei gehen, nach, soweit wie ich weiß und gehört habe, nach Istanbul. Um, um halt, also da waren viele Verletzungen, wollten nach Türkei gehen, wie gesagt, um, um, äh, Operationen dort durchzuführen etc., wegen ihrer Verletzungen, Verletzungen. Und das war ja auch bekannt. Und das haben auch viele mitbekommen. Und wie ich auch gehört habe, ein Teil von, äh, äh, von der Krankenhaus gehörte, äh, äh, wie gesagt, der Weg war frei und da hat die Türkei mit Daesh zusammengearbeitet. Ja, und wie gesagt, viele Sachen, äh, zum Beispiel, äh, Zeit in Kobani, da hat Daesh also von, äh, äh, Türkei, äh, Erlaubnis bekommen, die Grenze, äh, die Grenze zu überqueren und in Kobani reinzukommen. Und das hat auch Türkei erlaubt. Das haben auch die meisten mitbekommen, also das ist kein Geheimnis. Ja, wie gesagt, und, äh, 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 meine Arbeit danach, nach Mönbetsch, in Beb, habe ich ein, äh, habe ich in Schulterskrier weitergemacht, also, so eine Art Polizei. In Beb habe ich auch, ähm, da hat auch Türkei angegriffen und hat, sozusagen, ganze, ganze Stadt zerstört, ja, ja, die haben viel gebombt. Viele Menschen wurden verletzt, auch Zivil, ja, auch Zivil und Kinder. Selbst, äh, Krankenhäuser, selbst in Krankenhäuser, nee, Krankenhäuser haben die auch gebombt. Ja, und sozusagen, Beb war schotternd Asche, ja. Und, äh, in Beb habe ich auch den Ribat gemacht, gegen Türkei, und, äh, deswegen habe ich auch selber gesehen, ja, selber erlebt, selber gesehen. Ja, wie gesagt, ähm, war ich noch, äh, dann habe ich auch in Halep, äh, Wache gehalten, Ribat. Also, das war meine letzte Arbeit, also, nach Schulterskrier bin ich zu, also, Scharfschützengruppe, sozusagen, reingekommen und habe privat gehalten. Bis wir, äh, in Halep, uns zurückgezogen haben. Und danach habe ich, äh, in, äh, Cezira, et cetera, mit, ähm, 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 Mobilfunkgeräte, et cetera, ja, äh, 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 sozusagen ein Lager. Also, ich war, sozusagen, zuständig für Lager für allgemeine, äh, 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 Sachen von Deich, Taschen, et cetera, mobil, äh, Lagen von, äh, Auflagen von, äh, Mobilfunkgeräten, et cetera. Das war, äh, groß und ganz meine Arbeit. Ja, wie, das, äh, das, äh, das war's eigentlich. So, groß und ganz, groß und ganz, ja. Und, äh, wie gesagt, manche von, äh, das haben ja auch alle mitbekommen, sozusagen. Manche sind auch nach Türkei gegangen, die, also, die haben da, äh, verlassen, sind Türkei gegangen und wir haben auch mitbekommen, dass sie nicht bestraft wurden. Genau das ging da sogar in Türkei am Arbeiten schon waren, ja, das haben wir auch mitbekommen. Das war auch, ähm, das waren auch einige. Und ich glaube, sogar jetzt sind es immer noch viele, ja, die nach Türkei gegangen sind und frei rumlaufen, sozusagen. Also, ich hatte, ich hatte einen Freund, der hat mir erzählt, ja, mein Freund ist nach Türkei gegangen. Also, er hat da, ich verlasse und ist nach Türkei gegangen und der ist nicht in den Knast reingekommen. Im ganzen Gegenteil, ja, ne, der ist jetzt am Arbeiten und kriegt, ein, ein, ein Monat, ein, ein Milliard, ja, das sind, ja, eine Tagribende, ja, ne, das sind so knapp 950 Dollar, äh, Euro, etc. Also, der wurde auch nicht bestraft, ja, und das habe ich auch mitbekommen. Also, äh, wo ich in Mömbetsch war, wo ich in Schurtaskreya war, da war, da war, da hieß mein Emir Juhayman und, äh, sozusagen der rechte Hand, der hieß Fudel. Und, äh, wie ich mitbekommen habe, ähm, ähm, also danach, ähm, ähm, dass er, ähm, ähm, sozusagen geheimlich von Deutsch, äh, äh, gearbeitet hat. Und jetzt sich wahrscheinlich, wahrscheinlich auch in Türkei befindet, ja, ne. Und seine Aufgabe in Schurtaskreya, also, er hat nicht viel gearbeitet. Er hat meist, ähm, ähm, auf, äh, Arabisch übersetzt, da mein Emir, äh, seiner Arabisch schwach war. Ja, und dann, äh, nach einer Zeit habe ich halt mitbekommen, dass er in Erminen arbeitet und wahrscheinlich eine, außerhalb von Deutsch momentan sich befindet. Damals hatte, ähm, Türkei auch ein, äh, sozusagen ein Vertrag mit Daesh, da, äh, dass Türkei reinkommt und, äh, das Grab von Süleyman Schach ausgreift und nimmt. Ja, ne, das war auch, ähm, das, äh, da, da, da kamen die türkischen, äh, Soldaten rein und haben sozusagen, äh, sozusagen den Grab ausgegraben und zurück nach Türkei gebracht. Also, das war auch, das war auch, glaube ich, knapp vor drei Jahren, müsste es sein. So, was noch, ähm, ähm, ja, da waren noch viel, einige Sachen, aber wie gesagt, vieles erinnert mich momentan nicht, äh, äh. Peki, son olarak, sen dedin, nereden gittin, Mishadadehe? Hecime? Hecime? Hecime, ben yoldu bilmiödim, yani, Echehime. Also, nereden gittin, hangi şehirde? Äh, Abu Hammam, Hammam. Ebu Hammam, der Azur'da teslim oldun. Yok, valla, yani, o taraf, ben en çok Halep'te kaldığım için, o tarafları fazla. Tamam, Ebu Hammam, der Azur'da. Ebu Hammam, der Azur'da. Ebu Hammam, 2017 sonunda mı? 2017, yani, şu an, 3 ay, 3,5 ay önce mi, öyle bir şey. Kısaca, böyle, niye, yani, niye, kaçtım ete, EPG-Teslim oldun? Ya ne, ne, wieso ich mich ergeben habe, also da gab's viele Gründe, aber das kam erst später alles raus. Also, erstens, viele haben die Frauen nicht gut behandelt, sehr, sehr viele, und haben die Frauen ausgenutzt. Die haben sozusagen, manche haben zum Beispiel geheiratet und hat sich zwei, drei Wochen geschilden. Und das bestimmt 10, 15 Mal. Und, ja, wie gesagt, viele haben gearbeitet, nicht ihr Geld bekommen. Und viele wurden auch gezwungen, zum Beispiel die Bar zu gehen, wurden gezwungen. Du hast sozusagen keine andere Wahl gehabt. Und zum Beispiel viele, die rausgehen wollten, halt rausgehen wollten aus Teich, haben die mich tot bedroht. Auch zum Beispiel, wo ich mich ergeben habe, hätten die mich erwischt, hätten die mich und wahrscheinlich meine Frau, also, wie ich bekommen habe, auch meine Frau getötet. Also, da gab's viele, 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 also, Begründungen, was gab's da noch? Da gab's viele Sachen. Also, wie gesagt, das Schlimmste fand ich auch, dass viele gezwungen worden sind, zu kämpfen. Zum Beispiel zu mir haben die gesagt, also nach Schulter Askeri gab ein Verfehl. Entweder haben die gesagt, du kämpfst, du gehst kämpfen unter die Bar. Ich habe gesagt, ich kann nicht mehr, also, ich wurde damals weiß, etc. Die haben gesagt, ja, du musst eines von beiden aussuchen. Also, das mit Schulter Askeri, Idara Askeri, das reicht nicht. Du musst auch irgendwann mal auch kämpfen gehen, etc. Du hängst schon zwei Jahre sozusagen in Idara. Und deswegen sollst du auch irgendwas machen, entweder Rebat oder Kämpfen. Die meisten gehen kämpfen und du hängst da rum und hängst da Schulter Askeri. Also, da gab's viele Sachen. Und einiges, also, vieles, also, es kam auch später raus. Wir haben uns gut auch, also, die haben uns angelogen. Viele wollten auch, dass wir, also, dass wir sterben. Also, die Muhajirinnen, dass die Muhajirinnen unbedingt kämpfen sollen. Also, erste Reihen auf jeden Fall, warum wir gekommen sind. Manche sind da gekommen, dass sie dachten, dass... Manche sind da gekommen, die am Islam zu lernen. Also, Islam kennenzulernen, besser kennenzulernen. Und nicht sofort zu kämpfen, etc. Aber, wie gesagt, nach einer Zeit sollte jeder kämpfen. Und, wie ich gesagt habe, man könnte auch kaum sich widersetzen. Ja, und wir haben auch mitbekommen, die sich, die sich von Daesh, haben die rausgehen wollten, von Daesh. Also, die Geheimdienst von Daesh, falls sie die gepackt haben, haben die die getötet, ja. Das war auch bekannt. Und viele Leute hatten noch Angst. Viele Leute hatten auch Angst. Bis heute wollen auch viele raus. Aber, wie gesagt, die erlauben nicht rauszugehen. Ich habe die Glocke gefeiert. Ich habe die Glocke gefeiert. Ich habe die Glocke gefeiert. Vielen Dank.